Für mich war das total spannend. Es war völlig durchwachsen, von super aufregend bis teilweise anstrengend und insgesamt aber auch total bereichernd. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Super viel Fachwissen, also ich habe wirklich viele neue Sachen gelernt, obwohl ich aus dem pädagogischen Bereich komme, also auch viele Sachen, die ich für die Arbeit verwenden kann und der Austausch mit Leuten, die aus den verschiedensten Ecken kommen, war unglaublich spannend und das hat mir sehr geholfen. Eigentlich auf jeden Fall auch für alle Leute, die wirklich aus dem Pädagogischen kommen, aber generell auch für die Menschen, die mit Kindern, mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen arbeiten wollen, die dieses Thema Gewaltprävention interessiert und Kommunikation. Und das ist eigentlich für genau solche Leute. Ich mag den total gerne. Der ist ja ein Typ und ich finde, was mich immer begeistert hat, ist dieser Wechsel in Rollen. Also wir machen ja hier auch wirklich verschiedene Sachen in verschiedenen Situationen und er hat viele Fähigkeiten, die total gut sind, kann in verschiedene Rollen gehen, kann Fachwissen sozusagen gut rüberbringen und das macht einfach Spaß. Das ist ja ein Typ.